Konnichiwa Chippets, hier ist wieder euer Ninja Fuchsen mit einer neuen Folge von Shadow Tactics Bleeds of the Shagoon. Wir sind schon weit in den 20ern mit den Folgen, ich freue mich wahnsinnig, es macht einen unglaublichen Spaß dieses Spiel. Wir haben hier jede Menge Quatsch gemacht in den letzten Folgen und haben versucht hier dieses Lager aufzulösen, aber es ist tatsächlich einfach viel, viel, viel zu viel gewesen. Wenn ich hier was gedrückt habe oder versucht habe, dann ist auf der anderen Seite wieder was nicht gegangen. Insofern lassen wir das weg, wir nehmen uns diese kleine Stelle hier mal vor und ich schnappe mir die. Nehme mir tatsächlich hier mal den Ormel, so und den hier und hole den hier runter. Und mache hier noch eine freundliche kleine. Freundliche kleine Ecke. We will win glory and honor on Kadisama. Hm? The music starts. Das geht leider nicht. So, okay. Putsi. Alles klar. So. Und das funktioniert auch, Leute, wie ihr seht, ganz gut. Ganz, ganz gut funktioniert das. Die sind hier ja alle schön eingespannt. Oh, 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 da kommt einer rumgelaufen. Wieso kommt der denn da rumgelaufen? Das ist ja unangenehm. Das ist ja unangenehm. Na gut. Wobei, warte mal. So, dann die Ecke ist ja wunderbar. Alles klar. Sneaky Fox. Ja, das bin ich ja. Sneaky Peaky Fox. Das war leider gar kein guter Trick. Das ist ein guter Trick. Ja, unfortunately nicht. Na gut, also. Ja, ich meine, wer guckt denn mal da hin? Wahrscheinlich keiner, ne? Also im Sinne von gar keiner. Ja, ich bin soר. Ja, das war. Da ist ja. Ich denke, sie immer wieder rechts. Wobei, die sakte nicht. So, okay. Dann never. habe ich gar nicht gespeichert schnell hin wir basteln da uns an freundlich aus den wingspumms so wir nehmen hier den mit so genau so okay gut so also alles klar machen einmal so 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 okay tja also im runde genommen das feier ist also für die nicht wichtig genug das ist auch ganz gut wir speichern ha 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 da habe ich jetzt mal dran gedacht dass wir ja auch ganz viel speichern wollen so das schöne ist so 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 wenn die also hier oben sind dann sieht er ach mensch ist doch ärgerlich so so mhm gut also das ist dann mein nächstes ziel hier jedenfalls ähm wie wäre es denn wenn oh je oh je oh je oh je oh je oh je mädchen bitte den weg gehen den ich dir weise denn ich bin sehr weise wenn es ums weisen geht so mhm mhm wake up little troll mhm mhm цвет j iUA Fick die, fick die, fick die. Okay, also mit anderen Worten, der ist da, läuft da runter. So, sie läuft da auch runter. Sie läuft da auch runter. So, einmal, zweimal, kann ich viel Zeit verlieren, also. So, speichern. Die laufen halt immer da im Kreis. Und ich muss die wegkriegen. Das funktioniert sonst nicht. Okay, dann muss ich das so machen. Das ist ein bisschen umständlich. Also, ich mach das folgendermaßen. Aha. Okay. So, hopp. Der sieht nix. Gut. Ich mach das Licht wieder an. Und dann kommst du bitte exakt da lang, wo ich dich haben will. Und dann kommst du bitte exakt. Das ist lustig. Einer mit einem Schatten. Nein. Nein. Aber die Idee ist richtig. Und die werden wir jetzt auch durchziehen. Denn die Idee ist exakt das, was ich gerne hätte. Also. So. Die Kleine geht raus. Macht hier. Macht hier. Aber ich kann es auch. Ich kann den auch tatsächlich hier ganz runter lenken, ne? Wäre doch vielleicht noch besser. Als es weniger Möglichkeiten gibt. Und so. Das war daneben. Schade, Mensch, 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 Mensch. Hätte ich aber gerne. Ich möchte gerne. Mach doch mal, Mensch. Also, ich muss hier... Ich muss ihn hier hinlenken. So. Oder wir machen es so. So nicht. Ne, so machen wir das nicht. So machen wir es nicht. Wir machen es. So. Dann macht er das Licht an. So, macht das Licht an. Also, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand das jetzt sehr cool. Das war richtig mit dem Ding hier mitgedacht. So, also, Licht an, Licht aus. Richtige Action hier. So. Ja, ja, das interessiert nicht. So. Da hinten ist der. Okay. Die sondieren sich gegenseitig. Ich speichere das mal gerade ab. Sehr gut. Also. Also. Let's get to work. Stick to the shadows. Das ist nicht wichtig. Ach, interessant. Okay. Das ist für beide nicht wichtig. Okay. Ja, gut. Dann. Gott, hoffentlich. Die steht da. Ja, steht tatsächlich gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Ich wusste nicht, was ich wusste. Was? Shuriken Jutsu. Zeit für Sondesarbeit. Bitte, weiter. Nicht persönlich. Hm. Mhm. Mein Kind von Arbeit. Wie ein Schäufer. Das erinnert mich. Oh. Mhm. Make sure the cards are loaded. Quiet. May I ask another question? Mhm. I am busy. Yeah. So, alles klar. Mhm. Please tell me more. What lights are enemy? A blade in the dark. Good battle. I am always prepared. Another question. Is it hidden? What is it? Low visibility. Perfect. Moment. Oh, is that so? Use the night. Better avoid the lights. Blade's ready. I got you. Nothing personal. No way there. Can't do that. Oh, Junge. Lauf doch bitte einfach weiter. Bleib nicht einfach stehen. Wenn ich wieder irgendwie auf 2,5 mm nicht richtig geklickt hab. So. Alles klar. Ich habe ein bisschen gehofft, dass das klappt, aber ich weiß es natürlich nicht. Ich werde nicht gesehen bleiben. Strang, nicht? Ein Plan in Motion. Hm. Tragisch. Ja. Das stimmt. Sehr tragisch. Hupala. Speichern. So. Hm. Das ist tragisch gewesen. Ja. Äh. Das gefällt mir gut. Hm. Tragisch. Ja. So. Okay. Na, ich meine. Ich vermute, wenn ich hier unten. Das sieht ja keiner. So. Speichern. Guck mal, was passiert. Wo steht die Yuki? Da hinten. Alles klar. Und er steht da. Geht man da rein. Okay. Gut. Geht for delay. Wir nehmen alle Reine aus Ihren Granarii, und auch Ihren Oxen. Versehen, dass es ist fertig ist. Diese Päsenz? Sie werden nicht überleben. Wenn sie zu essen wollen, sollten sie uns mit uns befinden. Der Kage-Sama hat gesagt, dass wir die Stadt Kanazawa nehmen morgen. Ich will die Leute gut geholfen. Ich will instruct die Offizierungen, um extra rations zu geben. Kanazawa Castle wird unser Buhlwerk gegen das Schogun. Als es uns ist, werden wir ihn behalten, bis Kage-sama kommt mit seinem Armee. Jetzt wissen wir Okotos und Kage-sama's plans. Huh. Kanazawa City. Das muss Noboru-sama erreichen. So schnell wie möglich. Lass uns einen Raft holen, nach den Berg und für Noboru-kampf machen. Für einmal. Ich agree. Lass uns zu den Piers. Auf meinem Weg. Begegnet die Lichter. Geh mit den Schäden. Der Kanzler beginnt. So, wo ist denn das Pier? Die Pierre? Hier ist der Pier. Dann klauen wir uns hier ein Raft. Und dann geht's in die nächste Runde mit dem Raft. Alles klar. Wuff, 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 wuff. Ja. Ich glaube, das können wir aber tatsächlich einfach schlicht umlaufen. Denn, äh... Wollte ich nämlich sagen. Denk ich nämlich ab. Ja. Let's get going. They must not see us. Oh, that's a good trick. Was sind die denn alle? Oh, komm her. Now, let us be subtle. Use the darkness. Always ready. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ich finde, das hat sehr, sehr, sehr gut geklappt. Ich bin ganz mutig und speicherlich. Warte. Oh, was jetzt? Es wäre wunderschön, den General folgen und mehr über seine Pläne zu lernen. Ich schiebe in seinem Entourage, als Konkubin. Gute Idee. Aber deine Pläne sind zu riskierend. Geh den Raft. Ich schiebe sie an der Distanz. Willst du auf der nähersten Runde schieben und ihre Lippe von dort aussehen? Warum nicht beide von euch? Zwei sind besser als eine. Nein, Yuki-chan. Ein von uns muss informieren, Lord Noboru. Aiko-san, ich kann das tun. Das ist ein wichtiges Thema. Es ist zu wichtig, dass es in den Händen eines Kindes zu lassen. Ich bin nicht ein Kind. Ich werde da in Zeit kommen. Hey, sie ist richtig. Lass sie gehen. Sehr gut. Aber ich muss sagen, wie wichtig dieses Messer ist. Ich muss mich nicht in dem Händen, Kind. Ja, Aiko-san. Okay. Lass uns beginnen. Interessant. Cool. Sehr, sehr cool. Ja, geh nicht ins Wasser. Bam! Das ist doch mal was. Leute, ganz vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind in der nächsten Episode. Bis dahin, lasst mir doch einen Daumen nach oben, nach unten, links oder rechts da. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe ja auch. Ich freue mich auf euch. Alles klar. Bis denn dann. Ciao, ciao! Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020